Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Warcraft 2. Wir beginnen hier gerade gleich mal mit dem Bau von Schlachtschiffen. Das sind die hier, Stufe 4. Wir haben schon einige Upgrades da reingepackt. Im Moment läuft gerade noch eins, Aufwertung heißt das hier in der deutschen Version, die Panzerung. Und dann werden wir hier mit unserer vernichtenden Flotte diesen komischen Wasserkanal hier durchfahren und halt diese ganzen Türme hier kaputt machen. Wir haben hier zwar schon einige Schlachtschiffe in diesem großen Meer hier, aber nachdem das ja nicht miteinander verbunden ist, ja, und wir nicht die Schiffe jetzt hier drüber schleppen können wie in Fitzcarraldo, bleibt uns wohl nichts übrig, als hier neue Schiffe zu bauen. Okay, Köppenaufbrücke, das sind jetzt mal Heusho, bla bla, das sind jetzt mal vier Stück. Sie greifen uns an, aber nicht mehr lange. Bäm, das sollte eigentlich reichen, nachdem sie jetzt eh auch abgegradet sind. Dann bauen wir noch zwei Fähren. Zu wenig Öl, be, 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 be. Geht es uns ja schon wie den Amerikanern. Die haben auch immer zu wenig Öl. Die werden sich doch wundern, die werden bald so richtig zu wenig Öl haben, wenn es so weitergeht. Mit dem ganzen Fracking. Naja, okay. Ja, jetzt haben wir halt mal eine Fähre. Ich würde gerne noch eine bauen. Also hier warten, bis die Öltampfer, Öltampfer, die Öldampfer oder Öltransporter, Öltanker, so wollte ich sagen, bis die wieder zurückgekommen sind in ihre Basis. Ja, jetzt geht's. So, auf geht's. Lustiges Türmchen zerstören. Tower Defense sozusagen, mal andersrum. Tower Attack. Ich muss ja sagen, ich habe nie so recht verstanden, was das mit diesen ganzen Tower Defense Spielen auf sich hat. Die gibt's ja, die sind ja irgendwie so, ich glaube, das kam ja irgendwie von so einer Starcraft Karte oder wie war das? Von einer Warcraft 3 Karte. Als Idee, dass man halt Türme baut oder Verteidigungsanlagen, welche Art auch immer. Okay, das geht nicht, oder? Kommen wir an den ran? Nee. Okay, aber den können wir an. Und dass man dann eben, halt, dann kommt eine Angriffswelle, da kommen immer stärkere Angriffswellen und so weiter. Aber irgendwie hat sich mir nie ganz erschlossen, was an diesem Genre so super sein soll. So, die kommen nicht, die kommen nicht ran an den. Das ist jetzt eine gute Frage, was machen wir da? Gut, wir können eventuell hier oben ein paar Liste anlanden. Probieren wir das mal. Nur so, dass wir den halt auch weg haben. Ja, Tower Defense. Wie seht ihr das? Spielt ihr Tower Defense Spiele? Gibt's ja auch jede Menge für iOS und Android. Topperler, weil ich bin so voreilig. So? Ja, genau. Ähm, oder... Versteht ihr auch nicht, was da an denen so toll ist? Also, ich hab das irgendwie nie so verstanden. Aber... Muss ja nicht. Nicht jeder spielt jedes Genre gleich gern. Äh, meh, 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 meh. Mist. Reicht nicht. Hm. Probieren wir mal was ganz Wagemutiges. Vielleicht können wir das hier anlanden, auf diesem kleinen Fleckchen. Das gehen sollte. Das wäre natürlich eine großartige Sache. Es geht. Krass. Dann können wir ihn hier, äh, möglicherweise, zumindest teilweise zerstören. Oh, ich glaub, der wird gewinnen. Hö, das hat's jetzt gebracht. Naja, okay, er brennt. Geben wir uns damit halt einfach zufrieden. Ich glaub, der kann unsere Fähren ja eh nicht erreichen, wenn wir... ...nicht total doof sind. Bum, bumm. Eigentlich können wir die Fähren auch gleich, äh, nachholen. Es macht ja keinen Sinn, dass wir die jetzt hier hinten zurücklassen. So. Sie greifen uns an. Ja, das ist ja auch irgendwie krass. Ich meine, wir kommen hier mit einem riesigen Schlachtschiff-Armada hergefahren. Einsamer Kanonenturm steht am Land. Äh, der nach, äh, nach, ne, nicht mal einer Sekunde kaputt ist. Und die Kapitäne von dieser Flotte schreien voller Panik. Äh, sie greifen uns an. Alles, äh, Weicheier. Oder wie soll ich einfach nur sagen, ähm... Sie sind nicht in der Lage, die Realität angemessen einzuschätzen. Die nämlich so aussieht. Bum. Äh, ja, unfähig sind sie auch, weil sie nicht ranfahren. Ja, die nämlich so aussieht, dass der Turm nach kürzester Zeit kaputt ist. So, die Fähren. Und wir mal hier rüber. Hoi, Käpt'n. Hoi, Käpt'n. Käpt'n Iglu kommt mit seinen Kanonenbooten. Bum, bum. Sozusagen Kanonenboot-Politik. Das ist ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert. So, dann holen wir die auch mal nach. So, zwei Türme fehlen noch. Den einen hier, den lassen wir gut sein. Das ist auch egal. Den hier oben im Eck. Der soll da bleiben, wo er ist. Der kann uns eh kaum erreichen. Selbst wenn der mal eine Kugel abfeuern sollte auf unsere Fähren, die übrigens auch upgegradet sind bezüglich Panzerung, ähm... Kann uns das auch nicht wirklich aus der, wie sagt man, aus der Ruhe bringen. Wohl aber aus dem kontinuierlichen Sprechen. So, jetzt haben wir das Ganze geschafft. Jetzt ist der Weg frei. Hier ist ja keiner mehr. Nee. Nee. Passt. Gut. Skipper, ja, ja. Ihr landet es mal hier an und nehmt da diese Alta-Rack-Verräter zur Befragung auf. Wir nehmen gleich alle mit. Wir sollen zwar, glaube ich, nur vier hinbringen, ähm... Was ja auch irgendwie komisch ist, weil wenn ich mal mir den Weg freigeschossen habe, kann ich ja eh alle nehmen. Also, dass ja nicht so, dass ein paar von denen sterben würden, das ist kaum möglich. So, die anderen zwei gehen mal hier rein. Oh, danke. Sie sind sehr, äh, wie soll ich sagen, koperative Verräter. Okay, die Schiffe können wir uns eigentlich hier lassen, weil die brauchen wir ja nicht. Skipper, fahrt mal hier rauf. Ist halt jetzt ein bisschen langweilig. Jetzt müssen wir mal zusehen, wie die hier rumfahren. Lalalala, dann muss man sich hier ausladen, dann müssen sie sich hier wieder ein und... Ach, übrigens, die Goldminie ist leer. Die bei denen allerdings auch. Zacken sie halt Holz. Erneuerbare Rohstoffe. Wobei das Gold geht ja eigentlich auch nicht weg. Ist ja nicht so, dass der... Dass die 600 Gold, die ein Soldat kostet, ähm... Dass die 600 Gold, äh, sich in den Soldaten verwandeln. Die müssen ja... Das ist ja quasi theoretisch dessen Sold oder so. Also irgendwie... Wenn der gefallen ist, könnte man sie eigentlich wieder wegnehmen. Irgendwo muss das Gold doch bleiben. Wahrscheinlich liegt es in der Schweiz in irgendeinem... In irgendeinem Tresor oder so. Ja. Ähm, ihr seht hier also äußerst spannend, äh... Und unterhaltsam hier zwei Fähren, die gerade einen übrig gebliebenen Kanonturm umschiffen. Oh, jetzt habe ich geschreckt. Da ist ja nur ein... Da ist ja nur dieser Zeppelin, der fliegt immer so unruhig hin und her über die Karte. Was eigentlich völlig egal ist, weil, ähm... Die KI weiß sowieso immer, wo alle Einheiten sind. Also das ist nicht so, dass die... Wie in späteren Blizzard-Spielen dann Aufklärung auch betreiben muss, weil sie sonst nicht weiß, wo der Spieler ist. Sondern hier ist es noch so, dass die eh alles immer weiß. Nur, äh... Es hilft ja auch nichts, weil sie irgendwie nichts daraus macht, aus dieser Information. Ist ja alles irgendwie gescriptet, bis auf das... Dieses, äh... Taktik-Geplänkel, dass sie halt abhauen, wenn sie sich... Unterlegen fühlen und so, aber... Ansonsten ist alles gescriptet. Das war damals so. Na gut, hier ist der Leuchtkreis. Da würde ich sagen... Fahrt mal hier rüber. Dann werden wir diese Alterac-Verräter mal verhören, was die zu sagen haben. Die haben bestimmt irgendwas ganz Blöses ausge... Gedacht sich. So eine Verschwörung oder so. Nee, steigt aus. Ach, jetzt endlich. Jetzt geht's bestimmt gleich... Die, 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 die... Die, 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 die... Die, 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 die... Ja. Sie sind siegreich. Ich speichere nochmal. Moment, das ist jetzt schon Aufnahme 5. Nicht, dass ich da irgendeinen Mist mache. Aufnahme 5. Ausgangssieg. Rang Kapitän, 67.275 Punkte. Wir sind Lordaeron. Das ist der Blackrock-Clan gewesen. Und das ist der Stormriver-Clan. Den haben wir ja einfach links oben liegen lassen. Weiter geht's. Lord Lothar lässt ausrichten, die Allianz wurde hintergangen. Ach, echt? Lord Perenold, der souveräne Herrscher von Alterac, hat seit Anbeginn des Krieges gemeinsame Sache mit der Horde gemacht. So einer. Es war Perenold, der die Orks über die genauen Marschbefehle der Elfentruppe bei Taran Mill in Kenntnis gesetzt hatte. Nein. Der Aufstand bei Tyr's Hand wurde von Spionen aus Alterac angezettelt, um von den dortigen Bergwerken der Orks abzulenken. Das hohe Kommando hat befunden, dass die Nation von Alterac Hochverrat gegen die Allianz begangen hat und von nun an als Kriegsgegner erachtet wird. Ach ja. Wir müssen alle befreien, die zu Unrecht von Perenold festgehalten werden und sie zur Unterstützung eines Angriffes auf die Hauptstadt von Alterac gewinnen. Na, aber klar doch. Okay, also das war jetzt ein bisschen ein sehr ungewöhnliches Mission-Briefing. Wir greifen jetzt Alterac an. Das heißt, wir kämpfen gegen Menschen. Und da speichere ich jetzt gleich mal ab. Sicherheitshalber, weil ich weiß noch nicht so ganz, was da auf mich zukommt. Ich glaube, das ist schon Mission 11. Das sieht man irgendwie gar nicht. Naja, wir haben hier Demolierzwerge. Das ist eine coole Sache. Wir werden bald sehen, wie die funktionieren. Und wir haben den Magier. Jetzt haben wir den Magier. Der hat auch so eine haltende Stimme, was bedeutet, er ist total wichtig und super und toll. Wir haben allerdings keine Arbeiter, glaube ich, gerade, oder? Was ist das für ein Blödsinn? Wir haben keine Arbeiter? Das gibt es doch nicht. Wie soll man jetzt anfangen, hier was abzubauen? Eine Goldmine. Äh, wie... Wie stellen die sich das jetzt vor? Moment. Magier und Arbeiter befreien. Alterac zerstören. Okay, hier muss es irgendwo Magier und Arbeiter geben. Aber wo? Oh, ein bisschen Erkundschaftung. Okay, hier geht ein Weg rauf. Die haben ja zum Glück die Karten so gemacht, dass sie hier so Wege gemacht haben. Ah, da sind schon die Verräter. Kommt mit. Ich zeige euch was. Was ganz Tolles. Kommt nur. Bisschen näher noch. Hier ist es. Es ist ein sogenannter Hinterhalt. Ha! Etch, etch. Hey, nicht abhauen. So ein schöner Hinterhalt und die hauen einfach ab. Was fällt euch ein? Ich habe mir extra Mühe gegeben. Ja. Wenn ich hören will, muss fühlen. Ich glaube, Alterac war hier oben. Das ist so eine Art wie eine Stadtbasis. So eine Basis, die wie eine Stadt aufgebaut ist. Ähm, Orks gibt es auf dieser Karte. Soweit ich mich erinnern kann, kaum welche oder keine. Ne? Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich hier mache, aber... Pfff, äh... Mach ich... Ich mach's mal, äh, weil... Ich keinen anderen Plan habe. Moment, ich geh doch lieber ein Stück zurück hier. Sie greifen uns an. Jetzt sind sie tot. Äh, weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war, was ich jetzt gemacht habe, aber... Dumm. Oh, ein anderes Ballista. Mensch, lauft hier nicht ins Feuer rein, ihr blöden Elfen. Ich glaube nämlich, hier oben sind die Magier, die ich befreien soll und dann muss ich noch Alterac zerstören. Okay, hier kommen noch Elfen. Kommt schon. Ja. Flups. Oh, das könnte jetzt ein bisschen doof werden. Oh, das haben wir gerade noch hingebogen. Ja, ich würde sagen, da holen wir jetzt die restlichen Ritter-Dinger da auch noch, die wir da haben. Ja, wir hätten natürlich hier diese Demolierzwerge benutzen können. Das war jetzt ein bisschen doof, dass wir das nicht gemacht haben. Ähm, leider... Das ist ja auch ein bisschen komisch, dass die Missionsbeschreibung hier so unzureichend ist. Dass es hier einfach nur heißt, ja, ähm... Befreie die Arbeiter und, äh... Was haben sie doch gesagt? Die Arbeiter und die... Die... Die Magier, aber irgendwie nicht so wo und wie und was und warum. Okay, da ist noch ein Ritter. Ein alter Rack. Okay, das ist ja ein Haupthaus, aber das ist, glaube ich, nur so eine Mini-Basis. Sind die jetzt hier irgendwo? Moment, äh... Ah, da oben, das dürften die sein, die wir befreien müssen. Schnell weg hier. Äh, ja, komm. Hier kämpf mal. Da, wo du nicht von deinen eigenen Türmen unterstützt wirst. So, okay. Den Turm hier oben. Weißt du was? Wir nehmen jetzt einmal dieses Demolierzwerge-Team oder eines davon. Die sind nämlich auch so putzig. Die muss ich jetzt noch ein paar Mal... Oder weißt du was? Das machen wir dann gleich. Erst jagen wir mal da was in die Luft. Okay, das haben sie uns jetzt... Das macht jetzt das Ballista für uns, aber... Holen wir sie mal hier, die Zwerge. Die sind nämlich ziemlich witzig. Und das ist so eine Art Selbstzerstörungseinheit. Wer, ähm... Dingens gespielt hat... Ja, die greifen mit einem Mensch. Meine Güte, tun sie halt. Wundert euch nicht immer so. Wer, äh, Starcraft gespielt hat, der kennt ja sicher diese Infested Terrans. Oder diese, diese Menschen, die halt so infiziert sind mit, äh, Zerg-Dingsbums. Und die halt dann deswegen, ähm, zu leicht explosiv geworden sind. Und die man dann als Selbstwert-Attentäter verwenden kann. So ähnlich sind diese Zwerge hier. Demolierzwerge. Kabumm! Ja, Turm überlebt das nicht. Andere Gebäude werden schon auch schnell beschädigt. So, die Frage ist, was ist jetzt hier oben noch? Sind hier noch Türme oder irgendwas? Was? Und wenn ja, wie viele? Und vor allem, was ist da jetzt noch so? Hier sind Arbeiter. Na, sieht schon mal gut aus. Ah, hier sind die Arbeiter und die Magie, von denen gesprochen worden ist. Und Altyrak ist hier oben. So ist das gewesen. Jetzt weiß ich's wieder. Die Frage ist, ist hier eine Goldmine irgendwo? Weil dann können wir gleich hier eine Basis aufbauen. Wenn nicht, dann... Naja, da ist keine. Nix. Dann befreien wir mal... ...die Arbeiter. Indem wir sie berühren. Und... ...schaffen sie in unsere eigentliche Hauptbasis hier runter. Ich hoffe mal, dass die auf dem Weg jetzt nicht überfallen werden. Von irgendwelchen Wegelagern oder so. Von irgendwelchen... Es scheint hier aber doch Orks zu geben, weil ich seh hier immer so einen blauen Zeppelin rumfliegen. Ansonsten haben wir hier jetzt eigentlich nix mehr verloren. Was haben die jetzt gemacht? Nochmal hier kurz rüber gelaufen. Nochmal schauen, wo sie gefangen waren. Oh, ich hab mich schon an diesen Ort gewöhnt. Die Teile hier, die... ...die Demolierzwerke... ...die schicken wir lieber mal hier runter, weil... ...wer weiß. Das ist nämlich so eine gewisse Gefahr, wenn die gegen Gegner rennen oder so. Und wenn hier ein Angriff kommt, dann laufen die sofort hin. Die haben sich in die Luft und die eigenen Einheiten dann auch noch mit. So, das Rathaus mache ich jetzt aber nicht kaputt, weil ich... ...glaube, wenn ich das mache, dass dann möglicherweise irgend so ein Scripting-Event ausgelöst wird... ...und dann der Gegner anfängt, mich anzugreifen. Das will ich verständlicherweise nicht. So, also rein in die Goldmine und... ...in der nächsten Folge werden wir die zweite Zielvorgabe zumindest angehen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Wir werden Alterac zerstören. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern. Die Karte ist nämlich relativ groß. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Servus. Und tschüss. Bis zur nächsten Folge.